Und wir haben uns überlegt, dass wir hier bei mir ein Live machen und zwar ich arbeite auch schamanisch und ich möchte mit euch gerne ein schamanisches Ritual draußen in der Natur durchführen, ein Feuerritual, in dem ihr auch nochmal eure Belastungen, die ihr habt, loswerden könnt. Und wir arbeiten da mit den Himmelsrichtungen und mit verschiedenen Krafttieren und mit den Ahnen und das ist, wo ich gleich wieder geben, das ist total schön und wir rufen die Himmelsrichtungen an und verbinden uns eben mit den entsprechenden Energien der Tiere und Mutter Erde und Vater Himmel und den Geistern der Himmelsrichtungen und nähern uns und unser Feld und klieren uns auch nochmal gemeinsam. Und wir können auch unseren Wunsch, wenn wir einen Wunsch haben, den wir gerne ins Feld setzen wollen, können wir auch mitnehmen, sodass jeder halt nach seinen Möglichkeiten sich daran beteiligen kann. Und das machen wir live und schalten euch dann zu. Genau.